Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit 60 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus. Ohne Wenn und Aber. Gerne auch mit AZWV Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer. Bei uns sind sie richtig. Profitieren auch Sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gern unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt Sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Loma. Schleppertreffen in Siegburg. Knapp 160 Traktoren hatten sich Ende November auf dem Berliner Platz in dem Siegburger Stadtteil Zange versammelt. Organisiert wurde das jährliche Treffen von den Schlepperfreunden Siegburg. Wie die Idee entstanden ist, erzählt der Sprecher der Schlepperfreunde Karl-Heinz Reimer. Anlässlich der 100-Jahres-Feier von der Siegburger Zange. Da hatten wir einfach mal die Idee, hier ein Oldtimer-Treffen durchzuführen. Das ist ein Oldtimer-Treffen, das bundesweit das einzige Oldtimer-Treffen im Winter ist. Und aus 30 Traktoren ist nachher ein solcher Event entstanden. Wir haben immerhin 158 Teilnehmer heute zu verzeichnen und da sind wir recht stolz drauf. Auf dem überfüllten Platz wurden die Oldtimer von den Besuchern bestaunt. Die Fahrer hatten ihre Traktoren für diesen Tag besonders herausgeputzt. Eine Jury verteilte zudem Preise, unter anderem für den ältesten Traktor sowie die weiteste Anreise. Knapp 2000 Besucher zeigten großes Interesse an den Schleppern. Wir haben Gäste, eben habe ich noch darüber gesprochen, aus Belgien, aus Antwerpen, die extra hier runtergekommen sind, um sich das anzuschauen. Das heißt also, wir haben zum einen sehr viele Zuschauer, auch aus der Stadt Siegburg, die sich für diesen Event interessieren. Das Schlepper-Treffen fand bereits zum vierten Mal in Siegburg statt.